Blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Z-Fanktion. Wer da? Noch jemand da? Was soll das? Ziel verloren. Ziel verloren. 6 bis 4 5 bis 5 6 bis 4 5 bis 5 5 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 5 bis 5 Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist.